Geltungssucht Ein übersteigertes Bedürfnis nach Geltung wird als Geltungsdrang, Geltungstrieb oder Geltungssucht bezeichnet. In diesem Zusammenhang wird auch häufig umgangssprachlich von einer Profilneurose gesprochen und bezeichnet Verhaltensweisen von Personen, die ihre Kompetenz aus Minderwertigkeitsgefühlen ständig unter Beweis stellen müssen. Der Duden definiert den Begriff als neurotische Angst, besonders im Beruf zu wenig zu gelten sowie das daraus resultierende übersteigerte Bemühen, sich zu profilieren. Ja Mann, ja Mann! Niemals, Kreisliga B! Niemals, niemals, Kreisliga B! Niemals, niemals, Pyrotechnik ist kein Verbrechen! Gebt mir ein A! A! Gebt mir ein Hulitz, Hulitz, Fußballgott! Hulitz, Hulitz, Fußballgott! Gebt mir ein U! U! Gebt mir ein Widerstorf! Widerstorf! Gebt mir ein Widerstorf! Widerstorf! Gebt mir ein Nichtabstieg! Nichtabstieg! Gebt mir ein M! M! Gebt mir noch ein M! M! Gib mir ein Hulich, Hulichs Fußballkopf! Gib mir ein B! Gib mir ein lautes B! Gib mir ein Nicht-Abstieg! Gib mir ein Niemals-Abstieg! Gib mir ein A! Teh, 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 Teh! Gib mir ein Hulich, Hulich! Bein, Hulich! Ich bin ein Hulich, W handwriting Und ich bin ein Hulich, schnailt die und feedt die Schlauich! I will stand by you forever, you can take my breath away. Das macht er nicht zum ersten Mal. Und jetzt alle! I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever, you can take my breath away. I can kiss away the pain. I will stand by you forever, you can take my breath away. Zwei g sh gdzie Thank my breath away. say come veut way to go. Vy das toch? Vy das toch? Vy das toch? Wir das doch! Wir das doch!